Herzlich Willkommen zurück zu Arno2205. Ja, wir sind immer noch hier schön im Wildwater Bay, sind am Aufstocken wie verrückt, dass wir bald unsere Manager und Investoren ein bisschen erweitern können. Und ja, ich muss ganz sagen, es läuft ganz gut. So, wie sieht's aus? Und je mehr wir haben auf Vorrat, desto besser ist es. Dann können wir nämlich noch mehr aufstocken. So, 125. Oh, jetzt brauchen wir aber ordentlich Wein, ne? Ja. Können die nicht irgendwie hier was einführen, dass statt Wein irgendwie, keine Ahnung, Bio-Harts gebraucht wird? Man frisst zu viel Platz hier. Äh. Ich hoffe, das passt. Oh ja. Sehr schön, sehr schön. Oh. 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 Hm. Ach. Weil da ne Straße zwischen ist. Ah. Ja. Das ist doof. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist doof. Oh. Ja, passt nicht. Danke. Oh. Die Zentrale wird zufrieden sein, dass die Angelegenheit gerätig ist. Oha. Iridium geht den Bach runter. Ich würde mal sagen, sehr schön, aber naja. Oha, Wein haben wir mehr als genug. Guck, dann können wir hier nochmal ein bisschen aufstocken. Ja, ich würde mal sagen, so lassen wir das jetzt erstmal. Andruinen könnten wir nochmal. Könnten wir eventuell eigentlich auch nochmal. Ja, gleich haben wir keinen Strom. Ähm. Transferoptionen werden aktualisiert. Wir sprechen in einem solchen Fall von unüberwindbaren Schwierigkeiten. So viel brauchen wir gar nicht. Aber ich hätte das ganze Ding auch nicht gleich abreißen brauchen. So, 26. Das sollte genügen. Schleifer haben wir auch. Shuttle kommt planmäßig an. Ähm... Andruinen-Fabriken. Ach ja, die brauchen noch Sünzeln. Okay, deswegen hatten wir die noch gelassen. Na gut. Ich möchte sie ja nicht hetzen, aber... Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Mist, nicht genügend neuronale Schaltkreise. Das reicht wieder. 75% Monopolstellung. Ja, die sollten wir ja wohl behalten können. So, Andruinen. Nein. Da haben wir sie. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich reden? Parameter werden erneuert. Brauchen Sie mich für einen Statusbestand? Wie sieht das hier aus? Noch 44 Minuten und... 11 Minuten. So viel also dazu. Da geht auch schon wieder runter, die Bilanz, ne? Na, obwohl wir haben ja jetzt ganz gut was nachgebaut. Also da kann das durchaus, denke ich, sein. Ach, 6,5 Millionen können wir. So. Wie sieht's aus? Oha. Bionische Hände. Gut. Die müssen wir aufstocken. Dann machen wir Strom auch gleich. Gut, jetzt muss ich keine... Ach, schade. Machen wir 4,80. Denn ist da ein bisschen was im Plus. Transferroute wird überarbeitet. Da machen wir mal noch eine zweite Route für. Neue Transferroute aktiv. Parameter werden erneuert. Ja, da müssen wir uns eigentlich nur um die bionischen Hände kümmern. Die und ein bisschen Strom. Output von Transferrouten bei Null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja, selten ehren. Output von Transferrouten bei Null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Neue Transferrouten bei Null. So, Strom ist wieder da. Aber bionische Hände. Also, ich weiß nicht, wie viel wir davon anbauen müssen. Auf jeden Fall einiges. Da haben wir jetzt 14 im Plus. Das ist auch nicht gerade so die Welt, muss ich mal sagen. Naja, 20, das ist ja... Naja, der Strom ist in Ordnung.